Hallihallo und herzlich Willkommen zu Dying Light mit Spanky Ham. Salü zusammen. Taverno. Grüezi miteinander. Und Manolo. Guten Tag. Wir müssen heute in die 10. Etage auf diesem Gebäude, um die Sprengsätze anzubringen. Hier gibt es einen guten Herd am Boden. Anului schütte Liebe. Ich würde sagen, gehen wir mal hier durch die Tür. Ich denke, da wird es wahrscheinlich weitergehen. Wird es Reble wie Anton. Macht mir nicht Angst. Ich glaube nicht. Für den ersten Stock. Spanky wird das Gewehr in den Filmen. Jetzt machen wir da. Dann könnte ich da sogar im Null irgendetwas machen. Da kriegt etwas umgekehrt. Ah, da in Mais kommst du auch raus. Ich muss dich mal schauen, was da in Mais ist. Ah, da hat es Zombies. Ah Mist. Was war? Oh, eine Küche. In Null. Das geht nicht auf. Eingeschlossene Zombies. Ja, soll jetzt eingeschlosser bleiben. Eben. Zwei Etagen. Wir sind in der ersten. Ja, in Mais gibt es ein paar Sachen zum Looten. Ah, Etagen. Zwei Etagen voll Nasselkitzel und Spannung. Juuu. Ich bin begeistert. Aufzug benutzen. Tatsächlich. Blöken wohl. Geil, das ist ein Prozent der Stock. Nice. Also doch nur eine Etage voll Nasselkitzel und Spannung. Ja, warte. Haben wir da raus, kommen hunderte Zombies. Ich kann mir dir fast nicht vorstellen, wie wir uns durchziehen können bis zum 10 Uhr. Eigentlich sollte doch der Lift jetzt 8 Stunden. Hallo. Lege etwas an. Ich habe den Zombie an gesehen. Ich darf es nicht sehen. Du bist echt blockiert. Wer gesagt, wir sollen den Lift nehmen. Ich. Ah, da ist einer. Hallo. Oh. Oh, Scheisse. Ah, gerade Anfall. Was ist los? Alles okay? Ja. Ja. Noch. Also da hochklettert. Da ging noch Anfall. Ja, ja. Nur ein Fehler. Also wir sind am 7 Uhr. Also zwischen 6 und 7 Uhr anscheinend. Und mich lässt es nicht am Seil aufklettert, nicht? Schau, schau, du bist unterwegs. Max. Ganz ehrlich, das läuft mir zu glatt da. Nein! Wieso bin ich jetzt runtergefallen? Wieso ist das Spanky tot? Ich weiss nicht, ich bin einfach runtergefallen. Nein, Spanky. Warte. Scheisse, Scheisse. Ah, da am Seil, kannst du runterrutschen. Aber runterklettern kannst du nicht. Bist du da bei ihm? Ja. Amen, merci. Bitte. Hat es 500 gegeben, nicht schlecht. Hat es sich gelohnt zu dir runterzuklettern. Im 9. Stock. In welchem Seiner jetzt? Nicht über den Kumpen. Ja. Rechts eine Kante, Spanky. Ja. Oder links. Ja. Ja. Mach mal die Tür auf. Bäh. Hallo, wir sind da. Es ist da nichts los. Baklava. Das feinste Baklava. Ich habe Kaffee. Ja, gut. Bravo. Also. Warte, könnte man noch Stock-Huhe oder was? Michael, ich bin im 10. Stock. Großartig. Such nach den Räumen 105, 106, 134 und 137. Bitte aufschreiben. Ja. Welche waren es? 105, 106, 137, 138 und 138. Nicht. Ich liebe den Todeskrieg. Das ist super. Genial. Gut. 105, wo bist du? 105. Nein, schiessen. Es ist ein gebäude, da können nicht mehr kommen, als dort drin sein. Ja. Ja, aber die, wo denn sein, können jetzt zu uns kommen. Hier. Das sollen auch nicht kommen. Mit dem neuen Flammenmott. Eigentlich wollen wir einen austesten, aber... Damit er zukommt... Wo, 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 wo. Wer hat da gewohnt? Hau du ab, du... Die haben wohl eine Katze. Was sind denn da für Leute auf diesen Fotos? Unkäffchen. Halva. Es ist Halva. Was? Heisst das jemand, der zuschaut, was Halva ist? Das ist nicht ähm... Mit ähm... Kichererbsen. Ja, ganz nett. Also wo, wo sieht man da eigentlich, in welchem Zimmer das man ist? Ah, Türen. Wenn es eine Türen hat. Oh. Oh. 107 ist da. Dann kann es 106 sein. Vielleicht da sein. 106. Wie ist das? Wo? Ich kann es luten. Ah. Schiess mal, yes, Banki. Oh no, oh, 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 oh. So, gefe die Katze hier. Oh, nein. Unser Kopf. Einmal gerade. Was müssen wir da finden? Oh, sorry, sorry, sorry. Ich habe die Falle eingeschaltet. Fuck, Mann. Ich bin direkt hier. 2000. Ich habe mich überlebt. Oh, shit. Geht nicht. Wenn der Elektro schon gestirrt besteht. Shit. Hö, hö. Hö, hö. Hö, hö. Hö, hö. Hö, hö. Ruhe. Also hier mal im 106 hier einen Sprengsatz platzieren. Aber wo? Wenn jemand sieht, wo sollen wir es sagen. Wir sind ja schon unterwegs. Ah, Gas anlassen. Ups. Okay, fertig mit der ersten Wohnung. Höchner kommt die Fünf. Weiter zur nächsten. Oh. Das ist gar nicht mehr ein. Sind wir im 105 drin? Ja. Ja, wo ich bin. Ja. Kochherd anlassen, habe ich vorher müssen. Hier, schau. Ich kann mal einen anderen machen. Mega cool gemacht. Ja. Du klar. Wir sind auch besser als du. Was ist los? Michael. Ich habe Besuch bekommen. Haut ab, ihr Mistkerle. Michael, haust da. Bring dich in Sicherheit. Nein. Ich halte sie auf und du bringst den Auftrag zu Ende. Ich bleibe hier, bis das erledigt ist. Und 34. Jetzt noch 3. Ja, bestimmt. Ein Schnürchen. Dann müssen wir alle hochladen. Ja, wahrscheinlich. Es könnte etwa 13. Stock sein. Ein Schnellchen. Wir gehen weiter. Ah, da sind wir schon da oben. Am 12. sind wir gerade. Am 13. kommen wir von hier. Wow. Nice. Nice. Ja, wir müssen den 13. Stock, weil da ist es 121. Wir sind durch. Hier können wir nicht durch. Ja. Hier hinten. Was ist los? Wieder. Die Töre durch hat er jetzt. Ähm. Man kann das auch sagen. Ja. Also was haben wir noch gesagt? 136? 134? 134? Ah, da unten ist noch das Weckle. 135. Und da, 137 ist da. Oh, da weint jemand. Oh, du hast jetzt gerade jemand explodiert. Mhm. Wow, 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 weg, 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 weg. Gut, merci. Also 137 sind wir hier. Wo ist der? Wo hat's da? Wo hat's der Kochkarte? Und beim 134, da habe ich gesehen, ist eine Frau eingesperrt. Okay. Ja, ja. Inventarfall. Haha, ein Mod-Grobian. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was hast du das gesehen? Hehehehe. Was hast du das gesehen? Feuerlösch. Ich habe mal eins drangehauen. Also da, da bitte nicht hauen. 35, ob das brauchen wir nicht? Nein, 34 da. 30. 30. 30. Ich würde irgendeine... Explodiere ich etwas. Weint da ein Kind? Oh, oh. Oh, shit. Okay, ich habe nichts gesehen wegen einer Frau, die weint. Oh, shit. Oh, shit. Mist, was ist das? Ähm. Ähm. Ja. Ja. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Kau mal was grebeln? Mhm. Ha, ha. Hör die Geld an. Dummgebracht, das Schreikind. Fass einen Schrei, Kinder. Ja. Wer will den Kochherd anlassen? Jawohl. Sie wollen jemand anderes? Ja, ich kann schon. Egal. Okay, alles erledigt. Wunderbar. Und ähm, ich könnte hier unten deine Hilfe gebrauchen, um ehrlich zu sein. Oder Munition. Wir müssen wieder runter, hm? Hör zu. Hey, du widerlicher... Oh Gott, im Himmel! Dann sterbe es, bis wir dort sind, Munition. Michael, wenn ich ins Gras beissen sollte, musst du weg mit dir! Den Sprengzünder nehmen! Hör aus dem Gebäude und es in die Luft, ja! Wieso? Raus da und zurück zu Troy. Und zwar sofort! Michael ist tot. Michael! Das ist doch ein Chamutrako, Opa. Das ist so gross. Hör mal, siehe ich wieder mal Handschuhe an, aber es ist jetzt Zeit. Aber wieso gehe ich hier rein? Äh, gute Frage. Geht recht noch? Ja, schau, jetzt nehmen Sie den Aufzug. Stecken geblieben, aber jetzt läuft er wieder, tipptap. Da ist er! Oh! Nice! Richtig nice! Ah, Zimmerdomber! Wow! Wachen wir das mal? 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 Hat jemand Böller von euch gerade? Ähm, ich weiss gar nicht. Du bist Böller oder das B-4? Oh shit! Hm. Hm. Er ist tot. Haha. Es war geil, wenn man creepet ist. Ah, üblich. Üblich Konsortium. Ich glaube, das war einer von uns, oder? Ich glaube, das war einer von uns, oder? Ja, da, die schlechteste Waffe kannst du zerlegen. Wenn du jetzt noch eine hast, die grau ist im Inventar, oder? Wie mein Küchenmesser macht es schade. 56, das zerleg ich jetzt, oder? Weil, da bringst du nicht mehr höher. Viel höher. Alles klar. Ja. 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 Ich glaube, der ist tot. Inventar vorwärts. Ja. Warte. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ich habe ja nie ein Brennpals. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich noch 10 Sekunden Hey, ich bin auch gerade tot! Shit! Ich wollte dir nur helfen Ja, sorry! Thank you! Danke Näht von dir Tut mir leid, Werner Ja, ist schon gut Ich weiss, ob ich einen Molotow-Cocktail überhaupt beim Rennen Du hast da so orange markiert Ich hoffe, du bist okay, man Wieso finden Sie Michael Sprengzinder? Der liegt da Oder? Bei den Fackern Jetzt lassen wir das Gebäude und ziehen Sie in den Sprengsatz Okay Ich fahre raus hier Möchtest du hier oben? Ah ja, gut Möchtest du hier? Ich fahre die Toren, die zu viel sind Ich will nicht Oh, das ist wieder so ein... ...harder Seier Ich fahre die Toren Hey Nito! Nice! Hast du zu schnell geklappt? Ja Ich fahre die Toren Ich fahre die Toren Ich fahre die Toren Ich fahre die Toren Ja, da ist ein Pfeil nach oben Boah Habe Ich fahre die Toren 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 Oh 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 Ich fahre die Toren Ich fahre die Toren Ich fahre die Toren Ups, sorry, ich hab dich wirklich blöd Easy, easy Wow, nice Es geht nicht Ich fahre die Toren Hübsch, hübsch, hübsch Hübsch Das ist noch geil Gute Arbeit Hoffentlich reicht das Konntest du Jade erreichen? Crane Jade Bist du das? Crane Ich hab gehört was du getan hast Ich kann es sehen Glaubst du mir jetzt, dass ich auf eurer Seite stehe? What? Der stirbt Achtung, Achtung Ich weiß Aber ich hab meinen Spezialfunk gehört Hey, Savi hat einen Weg gefunden Das Störseignal zu sprechen Aber er braucht dazu eure Hilfe Geht klar Jade hast du gehört? Wir sollten uns treffen Okay Wir treffen uns mit den roten Leute über dem Sparatskanal und gehen dann weiter Crane Pass gut auf Die Infizierten sind hier noch größer Woh 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 Was ist das? Schade Jetzt haben ein paar Zombies gespawnt Ähm Okay Woh 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 War Woh 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 Ich bin gar nicht bei der Safe Zone, ich bin bei einem Kult um Rarenwies. Ja, ich eben auch. Bleiben wir bei der Safe Zone. Shit, 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 shit. Ich weiss, wo bin ich da? Wer hat das markiert da? Scheisse, Scheisse, Scheisse. Das ist Spank, Mann. Ah, das ist vom Spank Keep. Ja, falsch. Was? Ich bin bei der Safe Zone. Ich bin bei der Safe Zone oder was? Bitte, bitte holt. Es ist immer da, die Safe Zone. Scheisse, Mann, was läuft das? Ich bin sogar schon bei der Jade gesehen drauf. Da wäre noch global. Wow! Mama! Shit! Mama, ich kann liegen! Wow, shit, 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 shit. Nachtsäckler. Ja, ich bin da. Ja, 100. Oh, ich bin jetzt bei der Safe Zone. Wahrscheinlich... Sind ihr doch irgendwo... Lebt noch? Nein. Ich bin da voll verfolgt, ey. Ich gehe da mal rein. Mach mal das Licht ab. Ja, ich bin jetzt bei der Safe Zone. Kann ich noch eine Safe Zone betreten, nein? Nein, nein, das ist noch eine Safe Zone. Wir müssen auch schon zu einem anderen Punkt. Aber es wäre schön, wenn man hier schlafen könnte. Aber es sieht eben irgendwie nicht nahe aus. Shit. Was ist da hinten? Nassi, ich rum. Oder ich probiere es zumindest. Jetzt kann man da nicht mal pennen. Nein! Nein! Ich bin jetzt mal auf dem Wasser. Ich bin jetzt mal auf dem Wasser. Ich bin jetzt mal auf dem Wasser. Ich bin jetzt noch. Nein, das ist nicht so weit. Ah! Auf dem Härtesten. Auf dem Weg in die Safe Zone. Ah, der Troll ist ihm gegangen. Okay. Ja, ich bin... Mal gestern, ich schaue und du bist schon komplett Idiot. Achtung, hinter dir. Ja, ich weiss. Ah, Scheisse. Ah, komm auf. Also komm ich auch mit. Wie müsste er jetzt da sein? Aber komm nicht da. Problem habe ich eben auch gehabt. Gut. Ich bin auch wieder für euch. Ja. Was hast du mit den 14, Mann? Die sind voll OP. Ja, das sind sie. Ich bin schon wieder da, Mann. Das sind aber die scheisse Nachtleute. Komm, Spanky. Wir hacken zu zweit auf der 14, das macht einfach überhaupt nicht. Er lindert nicht mal. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Shit, 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 shit. Das ist 4 oder 5 von denen. Naja, das ist... Stumm, wüsste ich ja jetzt mit dem Punkt nicht mehr. Ich mache selbst, Mann. Nein! Ich bin kompetent. Hey, hey, hey. Hey, was? Hä? Fakle fungieren als tragbare Sicherheitszone. Hör ich mir jetzt zum ersten Mal. Also. Ist jemand Fakle? In einem Haus. Verdammte Scheisse. Die Frage ist einfach, wie wollen wir dort? Knallfakle, oder? Wenn ich das wüsste, dass ich da bei diesem Punkt bei der Jade bin, und meine Verfolgerabgabe, nice. Wo seid ihr? Nee, das ist ein... ...save-Zahl und gestorben. Der Rominöse-Save-Zahl, und wer keiner ist, irgendwie. Wir haben auch keinen Zombies daheim. Haben wir verzieht? Ja, das ist von Mitternacht. Ja, da kann man doch Zombies daheim. Ja, so ungefähr. Eigentlich da runter. Aber der ist unten, gell? Ja. Die Strasse unten. Ich habe das Gefühl. Voll scheisse. Die Strasse so... ganz offen gesehen. Äh. Äh, du bist verdammt. Eigentlich da. Was ist denn? Ich probiere mal wieder zu euch rüber zu kommen. Ja, warte. Momentan sieht es sauber aus. Haben wir es probiert? Mhm. Ja komm, wir probieren es. Veränder mich. Wow, wow, wow. Ah. Da steht dann sicher, dass die Sonne verlassen wird. Ja. Das ist da vorne unten. Schau, da hat es ein Fenster. Vielleicht geht es da rein. Auch da unten ist gerade ein Nachtläufer. Da unten ist ein Abfallssack hoch, um draufzuschauen. Mit dem 8er wirst du gerade gefressen. Sagt ihr es? Ja? Ja, links an der Ecke kommt er jetzt gleich. Und es kommt er dann gleich. 3... 2... Dort ist er. Hast du im Fenster drin etwas gefunden? Nein, da ist die Tür. Ich höre jetzt hier. Ich kann ihn aufmachen. Aber es ist wieder. Aber jetzt ist die Frage, warum muss ich jetzt? Weil eigentlich bin ich jetzt genau auf dem Punkt. Ja, aber es ist... Was blinkt jetzt? Wieder nach oben. Wir sind eins zu tief. Ja, im Vorhinein... Achtung! Ah, schau, da ist die Tür. Da geht es weiter. Oh, shit, shit, shit. Drückt B, Jungs! Drückt B! Hey! Geht nicht! Geht nicht! Passiert nicht! Das ist ein Feind in der Nähe, oder was? Shit, 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 shit! Todes, man! Fuck! Ich wollte ein B drücken, mit dem wir sind ja... Oh, shit! Jetzt kommen sie wieder zu zweit! Wunder! Nein! Voll gerade abgehängt auf. So, da geht es weiter. Ja! Da wer noch! Oh nein! Nice! Okay. Können wir sonst ein kleines Poisoni machen? Ja, würde ich auch sagen, ja. Ja, also gut, gerne. Bis wir wieder safe sind. Ja, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass doch ein bisschen hoch da. Und... Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, zusammen. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao! Grüß euch, ciao! 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 Vielen Dank.